Bundeswehr Veitsöchheim Kapitano Antonio Corelli, 33. Artillerieregiment meldet sich zum Dienst Sie melden sich zum Dienst? Ja, genau Sie sind hier in der Vermittlung in Veitsöchheim, wo wollen Sie sich denn zum Dienst melden? 33. Artillerieregiment Und das ist aber nicht hier bei uns im Standort Hundertprozentig Hm, das sehe ich... Ja, ich weiß jetzt nicht, wen ich Ihnen da gehen soll, weil dieses 33. Artillerieregiment ist nicht bei uns in Veitsöchheim Hauptmann Gunther Weber Weber? Ja, genau Da gibt's einen in Tauberbischofsheim, kann das sein? Das ist richtig Bitte warten, hold the line please Hauptfeldwebel Holler, schönen guten Tag Ich bin Kapitano Antonio Corelli Ja, schönen guten Tag 33. Artillerieregiment Schön Wie geht's dir, Bruder? Gut Sie wollten nicht sprechen Ich? Ja Hm, der Oberleutnant Stein vielleicht? Nein, nein, nein Hauptmann Gunther Weber Nee, da sind Sie jetzt total falsch, Sie sind jetzt in der S1-Abteilung rausgekommen Wo haben Sie gedient? Ich bin im Artillerieauklärungsballion 121 in der S1-Abteilung Wow Und der Hauptmann Weber Ja Der Chef der dritten 121 33. Artillerieregiment Aber 33. Artillerieregiment? Ja, genau Das sind Sie jetzt? Das ist richtig Ja, gut Und Sie sind jetzt verbunden mit dem Beobachtungs-Panzerabteilung, äh Quatsch, mit dem Artillerieauklärungsbataillon 121 Wenn Sie mir dann sagen könnten, wo ich schlafe Aha Jetzt wird ein Schuh draus Was ist? Was wurde Ihnen als Kontaktperson genannt? Hauptmann Gunther Weber Also wissen Sie was, Sie bleiben jetzt bitte in der Leitung, ich schmeiß Sie nicht raus Das soll lustig sein? Lustig ist das nicht Ist das eine Art, äh, April-Scherz zu feinern? Nein, um Gottes Willen nicht Aber, ähm, wenn Ihre Kontaktperson der Hauptmann Weber ist, ähm, dann weiß der auch, wo Sie schlafen werden Wieso bist du die ganze Zeit neben der Spur? Ja, weil ich jetzt da nix mit anfangen kann Sie wollen frech werden? Gut, wie Sie wollen Ich verbinde Sie jetzt mal Hold the line, please Hallo? Mieser Dreckskerl Stopp, 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 stopp Blinde Leitung bleiben Was für ne Scheiße ist das hier? Um Gottes Willen, aber ich weiß ja nicht, um was es da jetzt konkret geht Das weiß ja nur der Hauptmann Weber und den versuche ich jetzt zu erreichen Sind Sie, sind Sie auf Speed oder sowas? Ja Tut mir leid Bitte warten Hallo? Kapitano Antonio Cordell, die 33. Artillerieregiment, meldet sich zum Dienst Ich weiß von Ihnen überhaupt gar nichts, ich weiß gar nicht, um was es geht Was für ne Scheiße ist das hier? Wollen wir auf dem Ton jetzt miteinander weiterreden, dann kann ich auch auflegen Sie wollen frech werden? Gut, wie Sie wollen Was heißt, wollen Sie jetzt frech werden? Ich werde gleich frech, ja Mieser Dreckskerl Ist klar, mach's gut, Junge, tschüss Kommst du nicht zum Dienst Und am sûr sind Sie sind Ja, wir werden das Drei-Shit Ich würde sagen, wie Sie das mit rejoice Ich würde sagen, wie Sie sagen, wie Sie sind Was ist für meine